moin leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen video wir schauen uns an my zap glock produziert von 50 wins jcc 2020 achtel gruppe b der erste kandidat aus gruppe b dem uns jetzt reinziehen werden ich bin mega gespannt darauf mit auch einer der turnier favoriten für mich und ja jetzt schon einfach mal rein ich quatsch gar nicht mehr so lange freunde let's do it was da ich ja wieder gelabert oder was okay pass auf hier sieht schon mal nach einem nice video auf jeden fall aus schöner shot ok was hat uns was animation hör mal zu ich bin der beste den es gibt mach mir einen namen durch erfolg durch dein hässliches gesicht buchen söhne sticheln rum und lästern über mich ja du raps für den ferrari ist für essen auf den tisch du raps für den ferrari ich für essen auf den tisch und jetzt wird es nach vorne gehen ordentlich nice gefällt mir von aggressivität von der power her sehr gut mit der hier reinkommt ja ok die ist in ordnung die zahlen interstellar du kriegst meine flughöhe nicht wenn deine body mass index meine schuhgröße ist die ist geil die zeile diese richtig nice body ist richtig die ist richtig gut auch gut auch nice der beat ist geil muss ich sagen den feier ich ja stimmt schon da ist was wahres dran an der zeile da ist was wahres dran an der zeile ihr vergleicht mehr leute als kollega doch seid selber nicht vernehmbar zu viel drogen ist das thema jeder spuckt euch an in nem raum wenn ihr reinkommt ich hab eine gern und jagdreien ein scheißgott rapper wollen bellen aber hängen nur am iphone kein empfangen grad ich bin busy ihr wollt diskutieren doch ich rede mit der glock keine akzeptanz für den schrott in der glock ihr wollt alles haben aber poker zu hoch poker zu hoch yeah 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 ihr wollt diskutieren doch ich rede mit der glock keine akzeptanz für den schrott in deinem kopf ihr wollt alles haben aber poker zu hoch poker zu hoch yeah 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 ok hook ist ganz geil feier ich vom sound gefällt mir gut also generell die runde ist echt stabil rappt geil gute lines guter beat und so haut mich aber noch nicht ultra krass vom hocker so aber ist eine geile runde bis jetzt so die poker zu hoch in eurer loge ist das leben mal verspielt bleibt nur der tod durch die kanone rap gegen rechts ist die methode komm komm ich hole euch auf den boden fickt die medien rechts, fd und rassismus fickt das mpd fickt trump und faschismus schöne statements auf jeden fall am start ja gefällt mir wirklich gut vom sound so einfach das was er halt kann komplett nach vorne obwohl er ist vielseitig eigentlich auch so auch die singles die auf seinem eigenen kanal raus hat immer und ich bin gerade ein bisschen lost merk ich was wollte ich denn jetzt sagen egal wir hören einfach mal ein bisschen weiter und rassismus fickt das mpd fickt trump und faschismus statements bro ich bin der der es ausspricht rest in peace mr floyd just the top of the mountain guck mal hier hat sogar auch selber hier statements gesagt ja trump und faschismus statements bro ich bin der der es ausspricht rest in peace mr floyd just the top of the mountain hau sein kopf gegen das holz und es ist schade um den tisch nice zeit auf jeden fall ich muss sagen so einfach von der power her vom vom style her so hat mir die 16 runde von ihm besser gefallen aber auch die runde hier ist auf jeden fall gut also es ist jetzt nicht dass die runde ist definitiv nicht schlecht nur mehr hat das 16 von der power her einfach ein bisschen mehr zugesagt ich habe schon gefühlt 800 mal im auto oder beim sport also stay tuned gepumpt der song war zu krass meiner meinung nach also war ultra heftig es ist eine gute messaging da einfach ne wo das jeder mensch gleich ist er meint das halt auf ihr wisst wie er es meint er meint mensch ist mensch vielleicht eher hätte vielleicht eher gepasst als zeile reinkommen sich auf eine gern und ja gleich in dein scheiß kopf ripper wollen betteln aber hängen nur am iphone kein empfangen grad also gefallen die runde insgesamt hat mich jetzt nicht so geflasht wie sein 16 aber es immer noch echt eine gute stabile und auf jeden fall nice one guter text gute message guter beat geiler flow aggressiv feier ich wie gesagt 16 fand ich einfach besser deswegen erwartung bei ihm sind auch sehr krass hoch so gute runde auf jeden fall leute ihr seht hier mein zapp überall supporten links im original wie immer ganz oben in der video beschreibung ich wünsche euch noch einen wunderschönen angenehmen entspannten tag leute bis dahin macht's gut oder rein bleibt vor allem gesund und ciao